Willkommen meine Sturmtruppler! Mal wieder in ARK, aber nicht auf dem PC, sondern diesmal PlayStation 4 und ich habe hier schon mehrmals angekündigt, dass ich Tribes hier besuchen werde und hier sieht man auch schon um mich rumsegle. Die Silvan, kennen ja sehr viele, mit so einem Tribe-Kolleg oder Kollegin. Oh, Allianz, okay. Der Imbi hat keine Ahnung. Ja, inlade, will ich einen Tourist oder so und sagen wir gleich wie ich A nehme. Wie nehme ich an? Ja, und dann? Und dann bestellt... Ja, hat schon geklappt. Okay, äh, Dreieck. Ja. Vorher noch nie auf der PlayStation 4 gespielt, das ist jetzt quasi A neulandförmig. Äh, ich würde jetzt sagen, wie geht in die K-Sicht, aber es gibt ja KK. Rauszoomen! Oh Gott. Okay, ich lass das, das ist zu viel. Wie er einfach vor mir schon, wie er einfach Tag hat. So, wie heißt denn unser Tribe hier? Wie heißt denn der Tribe ? Genau, und ich sehe gar nicht die Tribe-Name. Sentinels. Jetzt, jetzt fliegt er extra so, dass ich nichts sehe. Okay, die Hans-Alpha-Plateau. Oh, 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 oh. Oh, da baut sich viel auf. Die Torezen aus. Was ist denn das für schlampische Arbeit? Was ist passiert? Äh, Stamina-Renne, wie geht das? Äh, Stamina-Renne, wie geht das? Oh Gott. Also ihr habt ne Rate, äh, quasi überstande. Okay. Die farbische Flügel ist Mutation, oder? Na super, jetzt habe ich ja Erfolg freigeschaltet. Juhee! Gut, dann zeig mal her, was es so zu sehen gibt, weil zerstörte Gehäuse. Okay. Oh, ich sehe, äh, Giga-Rücke. Der Mechanische, ja. Joa? Ähm, Brüder Wir können eine Drache hier auch nicht, oder? Wir müssen eine A in die Schlucht Ja, gut, ok. Ja, Tech-Teleporter, alles klar Okay Jetzt muss ich mal gucken, ob der hier so rumspackt wie auf dem PC Ja, tut er Ja, das ist auf der PC-Version nicht anders da Unter Wasser Ah, ok, die große Höhle unter der Burg quasi Äh, jetzt muss ich aber Licht machen Uuuuh Ja, wie bei Projekten, ne? So, Turret-Wall Schön, schön Müssen wir doch direkt in KVG Ja, die Gigasettel Durch das, dass Natto quasi weiben ist das ja gar nicht so schlimm, dass ich das zeig, ne? Ja, ok, gut Gut, Lagerfläche, ist aber noch ausbaufähig Wo bin ich schon? Wie er mich zur Sache zwingt, die ich noch nie gemacht habe, leider klettern Ah, 3, egal, ist klar Ja, gut, das sieht man wohl auch als PC-Spieler, was es so an Drops auf der Playstation gibt Wie ist der Server hingestellt jetzt im Moment gewesst? Von Farmen her und so So wie bei der Projekte, alles ok Die Hascha aus der Cave, oder? Ah, ok Oh, ein Element hat er da auch noch Also die Imperiale, äh, Leute von uns Wärts wahrscheinlich die Knüppel-Blue-Prinz sehr interessiere Die Knüppeln nämlich alle gern Ja, wenn du aufgesprengt wärst von ober runter, na nur mit dem Knüppel, bapp, bapp, bapp Wenn du Klick hast, liegt er Ja Ups Ich hoffe du hast nichts hergesti-ich Ok, ich kann gar nicht drauf zugreifen Na ja, in einer Höhle, ne, wir brauchen so ein Dach. Solange man nicht drinnen fliehen kann. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht. Die Rüstung muss jetzt nicht sein, bin hier nur zu Besuch. Erstaunlich, verweist du noch nicht mal kalt oder so, obwohl es in der Höhle ist. Gut, äh, Tierelagerung, hast du dann auch noch mal ein paar Drachen? Ultimative Drache. Ja, ja, verblitzwevern, ordentlich, mit dem... Denner hast du in der Schlucht gefunden. Ordentlich, ordentlich. Gut, war das Toybase? Okay, dann kennen wir ja noch bei der Allianz. Wer war der Übeltäter oder die Deadripe? Oh, 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 oh. Oh, oh, was heißt der Krieger? Ich stecke NEARFIRST. Oh, 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 oh. ja kostet ja nix ja ja gut so stimmt eigentlich brauche ich mich in ein bau gut dann vielleicht bei der allianz noch vorbeischauen wann hast du ihm gesagt dass ich heute komme ja ich habe abo müssen kaufen und der lieferant hat nicht gleich die e-mail geschickt mit dem code dieser war ja ich komme ich komme ich noch heute morgen um neun habe ich das ding gekauft und jetzt ist es erst kommen also wahnsinn wo sie doch immer werben dass es sehr schnell gehen soll jetzt wird der hate video das muss ich rausschneiden ja dass du dass du rechts vom flügel sieht schon wo schön aus sieht doch nicht schön aus sieht scheiße aus also kannst du nicht jetzt rater oder hana doa sowas wie offline schutz ja was baut sich jetzt auf sind wir da immer noch feind das hier oh gott was hast du gebaut oh gott ist ist das dorf ist das dorf oh gott das geht nicht mehr das geht nicht mehr ich bin schon bin schon geschockt also beim pc würde ich das imperium symbol auf der schenkel vom giga mole aber gut na gut wenn das elmo macht und sieht gut aus kann man hier speichern oder ja drauf müssen noch beim giga wir sind beim giga der 240er da ist auch noch ein golem und die türkuleos ja oder renato renner war mehr leute rum wie spricht man wie spricht man im game und so emojis abspiele das ist mir nicht nett gut dann lauf ich dir mal nur und dann zeig schon mal die base also er er gefällt mir er hat imperiale farbe ok gut und mit dem petri kann man einfach reinfliegen ja gut, der hanyokser ist ein pve-server ok wenn keiner treiben die artefakte sehen auf der playstation viel schöner aus finde ich also von der farbe her viel kräftiger ja 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 Ich habe Silberen gefunden. Oh Mann, wenn ich sowas sehe. Also, ne, also, boah, du musst wissen, das muss glänzen, das glänzt alles hier nicht. Da kannst du doch kein Replikator draufstellen. Holz! Wer hat denn hier die Damagezahl verursacht? Gut. Da unten hast du eine riesen Glaskaste auf dem Haus. Was? Was tut ihr hier auf dem Playstation? Es könnte nur sechs Tribes auf dem Server oder was? Ist das auf alle Server so oder nur hier? Ach so, na gut, mit Vibe kann man sowas hier ändern. Ja. Es ist eine E-fach. Wow! Was hast du gekillt? Ist das einer von einer kostenflüssiger? Was kostet das Ding? Gehen wir mal von 0 Euro aus, aber wie gesagt, das weiß ich jetzt eh nicht. Na, wo ist der Tribe-Besitzer schon wieder hier? Ne, das bringt nichts. Silvan, fliehen wir mit dem Donner durch. Na gut, dann muss der Silvan halt zweimal drüber. Da ist der Chia-Boa in der Luft. Du hast einer auf der Schulter. Du hast schon einer auf der Schulter? Ich dachte, er wäre ein Grafik-Fehler. Er wird sich über die Lok gewunderten, oder? Nein, da steht doch da die Name dran. Da muss jetzt Imperator dran stehen. Moment. Nix, nix, ich muss das. Damit Imperator im Block steht. Ja. Das Schwert geht nicht. Also das Tech-Schwert, das kann ich nicht nutzen. Boah, ich bin jetzt hier geworfen. Ja, das tut's ja auch. Jetzt muss ich ja lernen, wie man ausricht. Wunderschön. Und dann? Das hier. Ah, ja. Ja, ich mach. Ich mach 25 Damage. Ja gut, es wird ja eh gewibed. Es wird ja eh gewibed, also so schlimm es atmet. Ja. Nix. Ich hab's Käppi auch gezogen und hab mal einen Schluck gegönnt. Ja, gib mal her. Ich zeig dir, wie unsicher der Replikator gebaut ist. Du das nicht. Ich bin böse. Ja, ja. Und ich hab hier nix, ich hab hier nix zu verlieren. Es wird gewibed. Gib mir bloß dazu. Ding. Hahaha. Gut. Dann haben wir von dir jetzt auch schon alles g'si. So, jetzt gäbe ich dann ein schwarz-rotes Dunarini. Warum geht das nicht? Ah, jetzt. Hahaha. Wie er weglauft. Hahaha. Gut. Dann haben wir ja eure Gebäude gesehen. Und eure Tiere. Äh. Bin bei Titio Coleus. Oh. 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 Oh, oh. Ah, Silvan hast du was zu füttern? Weil ich sterbe jetzt. Wie, 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 wie esst man? Wie. Wie. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott, Ziele! Na ja, ich verrecke jetzt eh. Am Bier, Knoche, Kälte. Ja. Ja. Oh ja, das hälft jetzt. Gut, wieder fit. Ja. Da würde ich sagen, ich komme bei euch wieder vorbei. Sobald einer Island unter die Füße hat und was stehe hier hat. Ja, darf man es verraten? Ja. Ins Redwood, okay. Okay. Wann kommt der Server? Dann warte ich mit dem Video. Am Freitag greener Server, okay. Dann kann ich am Montag, Wochenende, Wochenende, Video hochladen. Dann war es das schon wieder. Dann verabschiede ich mich. Haut rein. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.